VitaSpin. Wasser wie frisch von der Quelle. In der Natur bahnt sich das Wasser seinen Weg durch das Gestein. Durch Engen, Tiefen und Spalten. Dabei wird es gereinigt und vitalisiert. Den sprudelnden Gebirgsbach zum Vorbild holt VitaSpin die Natur in ihr Wasserglas und ist im Handumdrehen auf ihrer Armatur montiert. Die patentierte Technologie reichert das Wasser auf natürliche Weise mit Sauerstoff an. Der Unterschied ist bereits nach dem ersten Schluck spürbar. Ihr Wasser schmeckt nicht nur quellfrisch und belebend. Das angenehm leichte Trinkgefühl hilft täglich dabei genug Wasser zu trinken. Das steigert ihre Vitalität und ihr körperliches Wohlbefinden. VitaSpin ist in alle gängigen Armaturen integrierbar und ersetzt den Strahlregler ihrer Armatur. Kinderleicht und blitzschnell aufgeschraubt. Die VitaSpin-Doppelwirbelkaskade verwirbelt das Wasser gezielt und reichert es so mit Sauerstoff an. Im Wasserstrahl bildet sich ein Zyklon, der die dynamische Vitalisierung des Wassers sichtbar macht. Ganz ohne Fremdenergie versetzen die präzisen Strömungskanäle das Wasser in seine ursprüngliche und natürliche Struktur zurück. Die patentierte Technologie des VitaSpin Trinkwasserwirbels bildet den natürlichen Verlauf eines Gebirgsbaches nach. Das Ergebnis ist quellfrisches Wasser, sauerstoffreicher, vitaler und besser im Geschmack. VitaSpin – Quellfrischwasser.